Das klingelt immer so lustig, wenn die Kohle kaputt geht. Ah krass, hier ist voll viel Kohle. Noch mehr Kohle. Alter, was geht ab? Ist ja voll die Ader. Es wird schon wieder dunkel, Alter. Noch mehr Eisen, Alter. Hier ist voll die Grube. Okay, reicht erstmal. Mal gucken, wie weit ich damit hinkomme. Wir müssen jetzt eh pennen gehen. Komm mal schnell rein in die gute Stube. Guck mal, weil er hüpft so im Bett rum. Siehst du das? Ne, meiner hatte das aber eben auch. Die Frage ist, warum? Ja, leg dich mal ins Bett, damit das aufhört. Das sieht ziemlich ekelhaft aus. Ich muss mich da mal neu reinlegen. Ja, irgendwie ist doch bei mir irgendwas so ein... Bei mir ist so eine... Die Befehlszeile offen. Bei mir auch, das ist immer wenn du schläfst. Was? Nein, ich. Jetzt warten wir. Aber es tut sich nix, doch jetzt endlich. Doch. Das war anscheinend noch nicht spät genug. Oh. Haschtest Steine, ja, ne? Naja. Ich hab ein paar. Sollte erstmal reichen. Das Haus am See. Das Haus. Das Haus. Das Haus. Und am Ende der Straße steht ein Haus. Das Haus im See. Oh. Ja, ich hab das da... Weil ich gesehen hab, das passt. Ich hab das so gelassen. Ja, das Problem ist jetzt halt, dass du da nochmal Erde reinmachen musst, ne? Weil das Wasser erst noch nachgeflossen ist. Musste ich sowieso, hatte ich noch keine Erde drin. Achso. Achso. Na gut. Na. Oh, wie tief man hier das Fundament bauen muss. Alter. Müssen wir nochmal nachziehen wahrscheinlich, ne? Komplette Ebene, oder? Oder? Meinst du nicht, man muss nachziehen, die kompletten Ebene nochmal einmal eine Stufe aushöhlen? Oder passt das hier genau? Zeig mal. Schließt das hier genau ab? Äh, ne, ne. Oh, sorry. In der Absicht. Bist du da das Wasser drauf? Ja, ja, ne. Ich mein von der Tiefe her. Achso. Wir müssen sowieso nachher noch tiefer bauen. Das erstmal war nur... Deswegen wollte ich auch Sand reinmachen, damit das bis ganz unten durchfällt. Damit man nicht nachher noch mal auf Wasser stößt. Ja, ja, ja. Guckuck. Jetzt kann ich einfach hier durchschwimmen. Das sieht mega lustig aus, wie der Sand hier durchfällt. Das sieht mega lustig aus, wie der Sand hier durchfällt. Und monst des Töne, ich habe mich auch noch nicht nachherāt. Das ist ja, ich habe nicht nachherケreutte. Da war ich mich mit mit, wie der Sand hier durchfällt. Oh. Oh. Scheiße. Oh. Fuck. Hab ich das? Ja. Das war aber arschknapp. Ist schnell was. Meine Fresse. Ja. Ich hab volles Essen. Das regeneriert sich schon. Ultraknapp. Ich hatte noch ein einziges Herz. Ich hab die Tiefe einfach völlig unterschätzt. Alter. Qualle. Du bist natürlich genau da wo ich hin bauen will. Jetzt mach Qualle. Nein. Mir fehlen genau zwei Steine. Ich hab nur zwei Eisen. Oh. Du hast mich zugebaut. Scheiße. 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 Ich hab dir extra was aufgemacht sogar. Scheiße. Scheiße. Nein. Ich war knapp vor der Oberfläche. Jetzt muss ich schnell mal die ganzen Sachen holen die da runter gefallen sind. Ach. Kacke. Sind hier noch Steine drin? Nein. Ich brauch zwei Steine noch. Ich hab den Ausgang nicht gefunden. Wie so ne. Wie so ein Seehund der nicht mehr den Weg aus der Eisschalle rausfindet. Das ist aber schnell bevor das alles weggeschwemmt wird. Ein paar Sachen hab ich schon. Ich hab halt voll das Dach dabei. Hier äh. Eisen und so ein Scheiß. Iron Sword. Ist das da? Hier. Mh. Nö. Lass das mal. Ist ok. Schnell 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 schnell. Ah es ist nicht wild. Schnell der Sand ran. Okay. Hast du noch was da? Ne Dann müssen wir hier was ausfüllen einfach Hier einfach Hier ist noch das Dach von mir Ah, ich habe einen Tintenfisch geknitten, deswegen gibt es einen Tintenbeutel Ja, cool Ich habe einen Tintenbeutel Oder so Glaube ich habe eine Paranoia Also ich höre keinen Jetzt müssen wir erstmal hier das abbauen Ja, fast fertig Krass, danach hole ich aber auch auf Wenn wir fertig sind, hole ich noch eine Pause vom abbauen hier Ich habe einen Tintenbeutel Ich habe einen Tintenbeutel Ich habe einen Tintenbeutel Ich glaube es nicht, wir haben es geschafft Ne, hier fehlt noch eine Reihe Ach ja, die Reihe Wir haben es geschafft Das war's Oh man, oh man, oh man, oh man Tja So schnell geht das Ich werde jetzt wenigstens schon mal eine gerade Fläche hier machen Ich werde jetzt wenigstens schon mal eine gerade Fläche hier machen Tja, das sind unsere Grundmauern Ziehen wir doch alles rein Deckenwände Was ist das denn hier für eine Arbeit? Was ist das denn hier? Ein Stück Sand statt ein Stück Stein Find ich das jetzt hier überall? Hast du das überall mit Sand zugemacht? Nee, nur hier, nur hier ist das mit Sand Wo? Was denn? Nee, das Ding ist halt, guck mal, siehst du das nicht? Wie das hier stupfen zwar nicht nach oben geht Achso, das ist das Land an sich, ne? Das ist das Land, da habe ich drauf gebaut Kann ich ja nichts führen, wenn da kein Das tausch mal nachher gegen Stein aus Naja, genau, habe ich ja schon da hinten gemacht Aber ich bin ehrlich, ne? Eigentlich hätte ich jetzt Bock, ähm, noch wenigstens die, weil das müssen wir wirklich zuerst machen, die Tunnelanlage für das Wasser Nee, das wollen wir nachher noch zum Schluss machen, wir können ja mit einem an das Wasser reinlassen Nee, eigentlich wäre es besser, wenn wir das drumrum bauen, dann können wir nämlich von hier schon gucken, ja, wenn wir unser Haus quasi um diesen Tunnel drumrum bauen Nee, ich würde einen Tunnel einfach durch das Haus holen Ja, ja, aber das ist schlauer, wenn wir das vorher machen Mit den Glasscheiben, weißt du? Nee, guck mal, ich würde einfach hier einen Glastunnel bauen Dennis Warte, zeige ich dir das einfach mal so Ja, lass das gleich mal von oben gucken, wenn wir hier fertig sind Ja, so, guck mal hier Ja, 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 guck mal hier Vielen Dank.